Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz spezielles Video mit meinem Vater. Hallo. Auf jeden Fall machen wir heute etwas ganz cooles und zwar YouTuber oder Pornostar. Ich werde meinem Vater ein paar Bilder zeigen von YouTubern oder auch von Pornostars und er muss erraten, ob es ein Pornostar oder ein YouTuber ist. Da mein Vater auch keinen einzigen YouTuber kennt und die Pornostars kennst du vielleicht, ich weiß es ja nicht, wird es vielleicht ganz lustig werden. Tischbart und Daumen nach oben für mehr. So Leute, YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Pornostar. Ernsthaft? Ja wirklich. Gut lieber Kronk, du bist ab sofort Pornostar. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Krabattenteo, einwältig Pornostar. Das war richtig. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? YouTuberin, oder? Ja. Wirklich, oder? Die hab ich schon mal gesehen irgendwo. Mein Vater guckt heimlich, kann der krassabig. Guck ich nie heimlich. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? YouTuber. Was denkst du, wie der heißt? Sag, gucken was? Locke! 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 Ist das genau so? Ja, das ist ein YouTuber. Ah, gut. Super! YouTuber oder Pornostar? Ich frage dich. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Pornostar. Ja. Stimmt? Nein. Nein. Scheiße. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Pornostar. Halt mal nicht so genau. Ich hab keine Brüder auf Menschen. Eindeutig, Pornostar. Ne. Wirklich? Ne, YouTuber. Wirklich? Sorry. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? YouTuber. Ne. Ne, dann halten Pornostar. Ne. Beides. Gibt's das auch? Ja, das gibt's auch. YouTuber oder Pornostar? Da du ja vorhin den einen Locke genannt hast, zeig ich dir jetzt Locke 2. YouTuber oder Pornostar? Der ist kein Pornostar. Das kann auch ein YouTuber sein. Ne, wie der aussieht mit dem geht er genau an der Kiste. Ne, Entschuldigung. Stimmt, oder? Ja. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Na ja, dann ist er ein Pornostar, ein YouTuber ist er nicht. Pornostar ist ein schlechter, oder? YouTuber. Scheiße. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Simon! Mein Vater kennt Simon, thanks you. Letztes Bild. YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? YouTuber oder Pornostar? Na was? Machst du mir das lieber? Du bist YouTuber. Aber Moment, das machen wir jetzt nicht, dann mach's halt. So Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen runter. Oder morgen kommt ne Folge Woos Your Daddy mit Revi und Co. Wenn ihr Bock habt, dann Like. Und ich würd sagen, mein Vater hat ein Wort zum Abschluss. Simon. Hahaha. Ciao.